Hallihallo meine lieben Hertha-Geek-Freunde, hier die Nicole für euch. Mal ganz kurz vom sonnigen Nikolai-Viertel. Ich bin in letzter Zeit leider sehr viel mit Arbeit eingebunden, Gastronomie. Es ist im Sommer immer ein bisschen stressig, aber ich hoffe, hoffe, hoffe demnächst auch wieder mit im Studio dabei sein zu dürfen, neben dem Pär. Nichtsdestotrotz hört ihm gut zu, er hat viel zu sagen zu den Wahlen, ganz wichtige Informationen und, seien wir mal ganz ehrlich, ich kann doch da eh nicht mitreden. Nicht so viel, ich habe doch die Ahnung nicht, die der Pär hat. Und deswegen hört zu, was er zu sagen hat und ich hoffe beim nächsten Mal, trotz alledem, kann ich wieder mit dabei sein im Studio, noch ein paar neue Informationen rauskommen. Ja, versuche ich auf jeden Fall wieder mit dabei zu sein, ja. Bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund. Eure Nicole. Ja, das war doch mal eine nette Nachricht von Nicole, oder? Willkommen bei Hertha-Geek-Hallüchen, Freunde. Ja, diese Sendung hat es in sich, ja. Es dreht sich alles um die Wahlen am 26.06. dem Sonntag, wo der Präsident von Hertha und das Präsidium gewählt werden. Ja, und ich sage euch hier, wer gewinnen wird und warum. Also dranbleiben. Vorab müssen wir aber erstmal so ein bisschen Neues loswerden, was so in der Hertha-Szene so passiert, in der Vorbereitung spezifisch gesehen. Wichtig sind ja immer die Neuzugänge, ja. Spektakuläres ist gerade nicht so reingekommen. Ich sage mal, viele hoffen ja immer, große Namen und so weiter auch in dem Kader von Hertha willkommen zu heißen. Aber nein, es ist auch mal wichtig, auf die Jugend zu achten. Und deswegen erwähne ich das mal, ja. Denn wir kriegen aus der U23 einen guten Stürmer, nämlich den Derry Scherhand. Oder Derry Scherhand. Nein, 19 Jahre Stürmer. U23. 34 Regionalliga-Spiele hatte er in der Saison gehabt. Und davon 16 Mal in diesen Spielen getroffen und 8 Vorlagen gegeben. Hört sich schon mal gut an. Ja, wir kommen. Dann hat sich einiges im Bereich Torwart ereignet. Ja, da kommt nämlich der Thiag Ernst vom VfL Bochum. 19 Jahre und er erhält einen Profi-Vertrag, trainiert mit den Jungs, aber eben auch soll er Erfahrungen in der U23 sammeln. Ja, also er wird so auf Abruf sein. Aber ein mega Talent. Also ich weiß, dass viele Vereine ihn haben wollen. Dann ist der Robert. Oh, da muss ich jetzt mal ganz genau hingucken. Ein nicht so einfacher Name. Quais-Groch. Robert Quais-Groch. Also wenn einer da jetzt sagt, was spricht der denn aus? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich lese es nur ab hier. U19. Hertha kommt in die Profis rein. Wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, jetzt dritte Reihe und so. Weil die haben ja einige Torhüter abgegeben. Schlimmster Verlust war ja Lok da. Aber dahinter haben sie auch noch welche gewechselt und da muss erst mal wieder was reinkommen. Und Tim Goller. Torwart U17 in die U19. Also der hüpft dann quasi für den Robert rein. Aber was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist in dem Fall mit den ganzen Torhütern, die U19, U18 und U17 Nationalmannschaft spielen und alle bei Hertha. Wow. Also da ist mir überhaupt nicht mehr bange, was diese Position betrifft. Ja, also Torwart können wir. Ja, und wir haben uns da gut verstärkt. Also das wollte ich auch mal erwähnt haben. Ja, weil gerade der junge Nachwuchs ist äußerst wichtig. Ja, nicht immer nur Namen mit ganz viel Geld einkaufen. Nein, die Jugend muss gefördert werden aus unseren netten, guten, richtig geilen Akademie. Dann hat ja die DFL schon quasi die Spielpaarung für die nächste Saison freigegeben. Ja, und was haben wir im ersten Spiel? Na, die Köpenicker. Ja, ja, die Köpenicker halt, wa? In der Huleide. Nee, da sind Konzerte. Dann hören sie aber hin. Ha! Nein! Die Waldmenschen sind Altenförsterei und wir haben da unser Auftaktspiel. Ich sag mal, äh, hört sich jetzt nicht so einfach an. Ähm, aber mein Gott, dann startet man eben mit einem Brummer, ja? Da kommt ja gleich ein geiles Spielchen. Da wird gleich in der, äh, zu Beginn der Saison richtig Pfeffer reingegeben. Anschließend haben wir Frankfurt, Gladbach, Dortmund. Also es ist schon ein nettes, äh, Vierer-Paket. Ja, also, äh, startet, äh, äh, ja, was ist einfach? Also, eigentlich ist gar nichts einfach in der Bundesliga, aber da sind schon, äh, ja, wenn ich so Frankfurt sehe und Dortmund, ja, ich denk mal, Gladbach, äh, wird sich ja auch noch verstärken. Die haben ja letzte Saison auch, äh, äh, Hühn-Hott gespielt, äh, die werden bestimmt auch gut beginnen. Und, naja, da kann unsere gute Hertha gleich mal zeigen, äh, wo Bartel den Most holt, ja? Weil, ähm, daran kann man ja wachsen, ja? Wenn man gleich gut beginnt, hier gleich Berlin-Derby, zack, bäm, gleich mal zeigt Freunde. Ja, letzte Saison, mhm, mhm, das wird hier nicht wiederholt. Äh, wir werden auch mal eine Alten-Fürsterei punkten. Ja, sehr spannend. Okay. Da-da! Äh, wir steigern uns jetzt und gehen, äh, voll in, äh, das Wahl-Denk rein, ja? Vorab möchte ich noch sagen, ich bekomme hier, äh, äh, für meinen Support, äh, keine Goodies oder so, ja? Nicht, dass einer denkt, äh, aus den Infos, die gleich kommen werden, ja, der, ach, hat das, äh, wiss ich nicht, zugesteckt bekommen oder so. Ich meine, äh, so erstmal bin ich gar nicht so wichtig. Äh, ich freue mich immer für jeden, der hier neu zukommt. Äh, aber, ähm, nee, das ist alles meine eigene Meinung und so, wie ich dieses, äh, ganze Konstrukt, äh, äh, Präsidentschaftswahl, Präsidiumwahl sehe, ja, nur auf meinen eigenen Misthaufen, sag ich mal, aufgebaut. Ja, es sind ja fünf Kandidaten, äh, soweit ich weiß, ähm, ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt, aber davon rechne ich jetzt drei Kandidaten, ähm, eine, eine, eine Chance ein. Ja, ja, eine Chance. Und, ähm, da möchte ich erst mal, ähm, bisschen in die Kandidaten quasi, äh, die Sache vertiefen, reingehen, ja? Mal ein bisschen, äh, euch nennen, äh, der ein oder andere, äh, weiß vielleicht gar nicht, äh, wer ist denn da so, wie kann ich denn da so wählen, wenn ich da hingehe? Ja, ja, ich fange natürlich, äh, äh, mit den Leuten an, ähm, die zu nennen sind auf jeden Fall, aber jetzt nicht, äh, mein Favorite sind und aus meiner Sicht auch nicht der Winner, ja? Ja, aber, äh, ich lege mal los. Da wäre Frank Steffel, Frank Steffel, ja, ähm, CDU-Politiker, 2009, 21 Mitglied im Deutschen Bundestag. gewesen, 2001, Wahl, äh, zum, äh, Oberbürgermeister von Berlin verloren gegen den guten Wobereit, man erinnert sich, und, ähm, 2019 hatte er so eine Plagiatsgeschichte, da wurde ihm der Doktortitel aberkannt, ja? Äh, 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 ist schön, dass man immer so Negatives raushaut, nein, es gibt ja auch Positives, er ist, äh, Präsident der, äh, Füchse, macht das 17 Jahre schon sehr erfolgreich, muss man auch sagen, Chapeau. Und wenn er, äh, äh, gewinnen würde, also Präsident werden würde, würde er auch dieses Amt, äh, niederlegen bei den Füchsen, ja? Tut natürlich leid für den Füchsen, weil er hat die, da gut geformt, äh, sind, äh, in seiner Zeit bis heute auch, äh, immer sehr erfolgreich gewesen. Mit, äh, mit, äh, mit Titeln, mit, weiß ich was, äh, Vereinsführung, vielleicht auch, äh, Bild vom Verein, äh, was dann im Ansehen stieg, oder bekannter wurde, und so weiter, keine Ahnung, ey. Aber, jedenfalls, äh, hat er da echt, äh, gute Arbeit geleistet. Und wenn, wie gesagt, äh, Präsident werden würde, würde er jetzt 2023, ähm, ähm, auch, äh, das ganze Ding beenden. Da würde er sich natürlich nur auf Hertha fokussieren. Weil ich hatte schon mal irgendwo gelesen, ähm, dass, äh, viele sagten, das geht ja ja nicht, der kann ja nicht von zwei, äh, Vereinen Präsident sein. Nee, 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 also Doppelpräsidentschaft gibt's nicht, ja? Und, ähm, das ist der Frank Stattel, der ganz gerne aus der Politik, äh, in die Hertha-Präsidentschaft, äh, ein neues, äh, zu Hause sieht. Für sich. Dann ist, äh, zu nennen, Ingmar Pering, ja, Ingmar Pering, seit 20 Jahren auf unterschiedlichen Posten in der Klubspitze, äh, zu finden gewesen. Und seit 2007, soweit ich weiß, Mitglied des Präsidiums, ja. Ja, was will man dazu sagen? Also, er hat jetzt nicht so das, äh, steile Ding da, wie so ein Politiker vielleicht hier, fährt wieder, äh, öffentlich, äh, öffentlich, äh, öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß noch, ich muss mal kurz zurückrutschen, wo Frank Stattel, deswegen kenne ich auch dieses Gesicht, äh, ich hab noch diese Wahlplakate vorm Gesicht, ja, wo, wo es da um den Bürgermeister ging und so weiter, ähm, und wo er verloren hat. Ja, deswegen kannte ich den ja auch. Also, viele haben den sich wahrscheinlich auch eingeprägt von, also, der Frank Stattel hat schon Gesicht, was man kennt, ja. Ja. Ingmar Pering, ja, Ingmar Pering, ja, Ingmar Pering hab ich so genannt, da ist jetzt, weiß ich nicht, ja, dummrum kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Es ist quasi, äh, ein Alteingesessener aus dem Club. So will ich es mal nennen. So, dann, ähm, sind, ähm, Michael Baumgärtner und Marvin Brumme, ich hoffe, das stimmt so, zu nennen. Ja, die beiden, äh, Herrschaften, äh, pff, weiß ich gar nicht. Also, das ist, äh, die, pff, sind noch so mehr Randgesteine, denke ich, die werden jetzt nicht, äh, 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 in, äh, Zielgeraden mit Beisein, brauche ich jetzt mal so selbstbewusst raus, wie ich bin, ja, äh, ich hab da jetzt auch gar nicht groß, äh, äh, was gefunden. Äh, die Medien sind da auch nicht groß drauf eingegangen, also, äh, ich bin jetzt nicht da schuld unbedingt, ja, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen, äh, negativ, äh, darstelle, vielleicht, äh, pff, hat da auch einer Glück. Keine Ahnung, aber, um nur die fünf zu nennen, ähm, der fünfte folgt ja gleich, äh, sind, äh, diese Namen, natürlich, äh, auch Thema, ja. Obwohl ich Michael Baumgärtner und Marvin Brumme, äh, äh, jetzt, sag ich mal, nicht so viel Chancen einräume, persönliche Meinung. So, why not? Why not, ja? Warum, äh, warum nicht? Ja, warum, nee, ich muss sagen, why not, äh, this is two people. Warum werden es aus meiner Sicht, ich gehe jetzt schon, äh, wieder eine Stufe höher, äh, Frank Steffel und Ingmar Piring es nicht schaffen. Meine persönliche, meine persönliche Meinung. Ja. Kann jeder denken, wie will, wer will, was er will, wie er will, blablabla will, ich will alle rollen, ich will auch, aber nein, Spaß beiseite, ja, das, ich hab's ja eingangs erwähnt, ich werde ja hier nicht gesponsert, ähm, das ist meine persönliche Meinung, und da ich YouTuber bin und die Wahlen, äh, vor der, vor der Haustür stehen, äh, will ich natürlich meinen Senf abgeben, ja, und meinen Kandidaten auch gleich nennen. Gut, aber ich sag erst mal, warum es zwei aus meiner Sicht nicht wären. Das ist erst mal bei dem Herrn Steffel. Ich sag mal, CDU bringt in Berlin keine Punkte. So, politisch gesehen, politisch gesehen, ja. Also, äh, hier Vitamin B, falls einer denkt so, naja, der ist, äh, hier verzahnt irgendwie in der Politik und könnte das ein oder andere für Harter rausschlagen, so sag ich mal, mm, mm, nein, nein. Berlin ist Rot-Grün, Freunde, ja. Ja, wir haben hier, äh, SPD und die Grünen am Machen. Da hat die CDU erst mal nicht so viel zu sagen, außer in manchen Randbezirken oder dem Randbezirk zählen doch zum Beispiel, ja, oder so. Ja, ich weiß, äh, nicht verallgemeinern, aber im Groben, ja, man sehe unsere Regierung, ja, vor Giffey und Gefolge und die Grünen waren ja ganz dicht hinterher. Also, da ist die CDU nicht verdrinnen. Also, die kann man da erst mal vergessen. Also, parteilich gesehen bringt das, äh, Hertha keine Punkte, aus meiner Sicht, ja. Und, ähm, wäre jetzt für mich auch, äh, nicht zu nennen als, als, ja, als positiv. Positiver Ansatz. Dann ist es immer so, aus, mal, auch, auch aus meiner Sicht, die Politiker sind so Diplomaten, ja. Es sind so, äh, sie müssen immer, ähm, ja, so die, 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 die goldene Mitte finden und, äh, ja, oft ist da auch so ein bisschen Vetternwirtschaft, ne. Der eine oder andere hier, der zuschaut, will ja bestimmt auch mal gern, äh, das Mäuschenspielen im Bundestag oder Landtag oder was da so abgeht, ja. Immer dieses, bä, 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 der eine kennt den, ja, komm, schieben wir hier, bä, bä. Und es ist irgendwie so, bä. Ja, das ist für mich, ähm, kein Fight. Das ist so, ja, so, so Anzugträgergedöns, sag ich immer. Ja, das ist meine persönliche Meinung, ja. Das ist so, weiß ich nicht, ich, äh, viele Politiker, ich kann mit, ich kann, ich kann mit so vielen Politikern überhaupt nichts anfangen. Ja, deswegen hat, muss ich auch sagen, der Herr Steffel, gebe ich ehrlich zu, auch einen schweren Stand bei mir, ja. Und, ähm, dann, äh, hat das auch irgendwie so einen Hauch von Big City, ja, so Big City. So, weil, äh, da meinte auch irgendein, äh, ähm, User im Netz so, ja, Herr Steffel, äh, wird schon dann so mit den großen Millionen im Verein, äh, äh, umgehen können, verteilen oder so, weil er kommt ja aus der Politik, ist ein großer Mann und so. Ja, das ist so dieses, ähm, ja, Freunde. Ah, da wollen wir doch weg. Da wollen wir doch von weg. Dieses, äh, fett Big City Großgequatsche. Das hat uns doch nur Mist gebracht, ja. Und für mich auch, äh, Anlehnung, äh, an das Pal Dardai Video, ja. Möge der eine oder andere mich jetzt hier, äh, niedermachen wollen und beschimpfen. Ey, Pal Dardai, best man ever, ja. Ja, also, ich bin immer ein riesen Fan von Pal Dardai gewesen und immer noch. Aber Leute, seid doch mal ganz ehrlich, ja. Ich denke mal, viele werden es gesehen haben. Dieser, äh, Kurzclip, äh, von dem guten Pal, so, hallo Leute, und da, ja, ja, Präsidentschaftswahl, bla, 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 und dann, ja, Frank Steffel, ja, toller Typ und, äh, ja, Füchse und da. Ey, Leute, hallo, ich meine, das stinkt nach, äh, irgendwie mal, äh, Goodie bekommen und so. Ja, ich will es keinem unterstellen, ich, äh, aber es riecht danach, es, es riecht danach, ja. Nein, ich denke mal, Pal ist so ein Typ, aber ich verstehe das auch nicht, das ganze Video. Ich meine, er verlässt den Verein, was ich abgrundtief, äh, kacke finde, zählte er auch, äh, und warum da noch groß einbringen, macht keinen Sinn. Ja, dann orientiert man sich erstmal schön, ja, Päuschen und so, ja, Ungarn und bla, bla, neu ordnen, relaxen, Zielrichtung da, Hertha vergessen, Stress abbauen, bam, alles, was hinter einem liegt, äh, auch da liegen lassen. Was hat dann Hertha damit zu tun? Warum jetzt noch so, äh, ich gebe mal einen Tipp für die Präsidentschaftswahl, die mich eigentlich gar nicht mehr interessiert, weil ich den Verein eh in den Rücken kehre. Hä? Ja, und da ist für mich wieder so diese Küngelei. Das ist schon wieder so Politik. Mag ich nicht. Bäh, weg. Mag ich überhaupt nicht. Nicht mein Ding. Überhaupt nicht mein Ding. Und das wollen wir doch nicht mehr haben, sowas. Ne. Ne, ne, ne. Okay. Allzumal ich auch die CDU, äh, nicht mag. Also, es ist nicht meine Partei, äh, aus diesem Grund, äh, unterstütze ich jetzt auch keinen, der da, äh, der daherkommt, ja. Ja, jeder hat ja so seine Parteien und so weiter. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt Frank Steffel nicht unbedingt, äh, da würde ich keine Rakete steigen lassen, vor Freude. Also, es ist irgendwie, ne. Ja. Ne, ne, ne. Ne, der soll, äh, bei den Füchsen bleiben, wenn er so gute Arbeit leistet und dem Verein so verwurzelt ist und, äh, Politik nebenbei natürlich noch macht und, äh, da am Sport sich angriert, äh, dann, ja, bleib doch bei den Füchsen. Hm? Musst du nicht zu dem, ja, doch. Nö, musst du nicht. Pering. Herr Pering. Ja, also, äh, Das ist für mich auch so eine Sache, ja. Ihr wisst ja, äh, wie negativ die, äh, letzten Monate oder man will ja schon sagen Jahre bei Hertha waren, ja, äh, ihrer Gegenbauer findet ja ein Ende. Deswegen auch Wahl. Deswegen auch neu wählen. Warum da Leute, äh, ganz nach oben ziehen, die da mit im Präsidium waren? Mal drüber nachdenken. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn. Ehrlich jetzt nicht. Also, wenn es dann mir gehen würde, würde ich auch das ganze Präsidium, äh, neu wählen. Aber da sind auch einige bei, ja, aber dem würde ich ja auch nicht das Präsidentschaftsamt übertragen. Nein, die würde ich nicht zum Präsident machen, sollte ich besser sagen. Das, äh, ja, also, äh, wenn der ein oder andere da fähig ist, vielleicht noch jung, dynamisch, noch gute Ideen hat, äh, Vision, äh, mit dem Präsidenten, der dann gewählt wird, gehen will, willkommen, sag ich mal, ja. Ja, aber, ähm, aber ich möchte aus meiner Sicht da, aus dieser alten Garde, ja, aus dieser Gegenbauer, äh, Garde, sag ich mal, keinen Präsidenten haben. Näh. Das, äh, ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Ich kenne Herrn Pering nicht, äh, kann ein absoluter Sympath sein, aber allein diese Vorgeschichte reicht jetzt für mich, ähm, um ihn nicht gerne als Präsident haben zu wollen. Äh, äh, so. Bums. Bummsdi, flummsdi. Okay, so, ich habe heute echt viel Zettel hier, weil ich quatsche auch hier ganz schön viel, also, kurz mal Luft holen und ein bisschen, äh, waterreken. Ja, und jetzt kann man sich ja denken, was passiert, was jetzt kommt, ne? Jetzt nenne ich nämlich meinen Kandidat und da bleibt ja noch einer übrig und ich werde euch ganz genau sagen, warum er hoffentlich gewinnt, gewinnen sollte und, ähm, ich ihn auf jeden Fall wählen werde, ja. The winner ist aus meiner Sicht Kai Bernstein, ja. Kai Bernstein, 42 Jahre. Ähm, man muss erst mal bei seiner Vita von hinten das, äh, aufzäumen. Ex-Ultra, ja, äh, Gründungsmitglied der Harlekins, 98, er war auch Vorsänger im O-Block und Ostkurve, ja. Ähm, man kann sagen, äh, mehr härter geht nicht, ja, in den jungen Jahren von dem guten Kai. Mehr härter geht nicht. Also, Ultra, was ja kein Schimpfwort ist, was wiederum, kleine Brücke rüber, der gute Frank Steffel mal als negativ, äh, geäußert hat. Er hat sich ja mal negativ, ich muss mal einen Zettel rüber gucken, über die Ultrakultur geäußert, probiert jetzt, äh, zurückzurudern, weil er ja auf einmal, oh, ich bin jetzt im Fußballbereich, oh, ich hab ja die Ultras mal angefahren. Äh, äh, ach, heieiei, muss ich mal wieder klarstellen. Ultra bedeutet nicht ein Schimpfwort. Das sind eigentlich, äh, einfach nur geile Fans, die sich mehr einbringen als der normale, ja, und was die da so an Choreos bauen und in den Verein einbringen, sage ich immer wieder Chapeau. Ja, und das war der gute Kai, ja, der war Ultra, äh, und, äh, leider wird immer wieder damit, ich will's auch gleich nennen, damit wir das auch durchhaben, sein Stadionverbot, äh, in Verbindung gebracht. Und, äh, da war mal so eine Geschichte, ein Cottbus-Spiel, Plakataktion und so weiter, ähm, das kann man gerne mal nachlesen. Ich finde es aus meiner Sicht, äh, ja, jeder hat mal einen Bock abgeschossen, aber nicht so zu nennen, dass es zu drastisch ist. Ja, aber er geht damit offen um, ja, man sieht mal, was für ein Herzblut, ich meine, er hatte mega Herzblut, wahrscheinlich ein bisschen zu viel, äh, und, äh, da war auch mal so eine Aktion. Aber alles, äh, sage ich mal, im Grün, und sowas verjährt ja auch irgendwann, ja, man muss ja auch mal jedem eine Chance geben, sich zu äußern. Und er hat das, und ich finde das einfach super. Das ist nicht so ein Ding, was hier heimlich unter den Tisch gekehrt wird, ja, so, ich nenne das mal nicht. Und dann auf einmal platzt die Bombe. Nein, 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 da liegt alles fein und sauber auf dem Tisch. Ja, ähm, dann kann man auf der Seite wirhertana.de, ja, hier auch jetzt eingeblendet, wirhertana.de, mal von dem Kai, da hat er sich viel Mühe gemacht, äh, seine Vision, Ziele, die er mit Hertha hat, wenn er Präsident werden würde, äh, Nachschlag anschauen, ja. Es ist eine absolute, ich finde, äh, gelungene Seite. Man sollte sie auch nicht als, äh, Wahlprogramm sehen, ja. Ja, Vision, äh, ist jetzt nicht das, äh, nackte, äh, äh, runtergesseier von so einem Wahlprogramm, sondern einfach, äh, Trasse, Überlegung. Und ich finde die Überlegung gut. Das ist für mich, äh, modern, innovativ und, ähm, gut gemacht. Und vor allem, äh, im Gegensatz zu anderen, die antreten, äh, überhaupt schon diese Mühe machen, ja. Ja, offen zu legen, transparent zu sein, Leute, ich denke hier, super modern, guckt mal, in welche Richtung ich will, und so weiter und so fort. Und das in eine Webseite einzubinden, das kostet, ja, da braucht man viel Zeit für ein gutes Team. Ähm, und das ist aus meiner Sicht gelungen, ja. Das ist schon mal, äh, weiß ich nicht, äh, Start, äh, Wahlprogramm Nummer Uno. Und wenn man schon mal den Weg, äh, geht, hat man schon mal, denke ich mal, äh, ein paar, äh, Pluspunkte. Anderen gegenüber, die einfach zwei Wochen vorher auf den Tisch knallen und sagen, hier bin ich, äh, macht mal was. Ich will gewinnen. Bumsi. Ja, da gibt es ja irgendeinen Typen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Ich hab's auch mal mit so einem Namen, äh, der auf einmal auftaucht. Ich glaube, er arbeitet bei irgendeinem Unternehmen, was, äh, Lichtanlagen für Stadien baut. Und behauptet so, dass er auf einmal Hertha ganz nice findet und, äh, auch kandidieren will. Und, äh, dann irgendwelche, wah, so ne, so ne Schlagwörter, so ne Floskeln von sich gibt. Und noch gar nicht im, äh, Verein aktiv war oder so. Ey, so ne Leute können doch gleich einen Abflug machen, oder? Ja, deswegen hab ich mir den Namen auch nicht gemerkt. Nein, aber hier bei dem Bernstein, äh, sagt er ganz klar auf der Seite, äh, wie er sich das alles so vorstellt. Eigene coole Sache. Ja, er ist ja auch ein, äh, erfolgreicher Unternehmer. Wenn man jetzt mal die Vita hochsteigt, äh, äh, vom, äh, vom, vom Ultra, sag ich mal, der sich entwickelt hat, beruflich viel durchlaufen hat und so weiter und so fort, immer härter, nicht aus dem Fokus verloren, hat's dann wirklich geschafft, äh, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Ähm, äh, äh, Team Bernstein, so heißt die Firma, Event und Marketingagentur. Man sollte sich das einfach mal angucken, ja, das hat jetzt nichts mit der Präsidentschaftswahl, aber es ist mal ganz interessant zu sehen, äh, wo der, äh, Kai eigentlich so seine Arbeit macht, mit wem er die macht und was er da schon so erreicht hat. Also, ich war da echt, äh, angetan, wenn man da die Kunden liest, die, die Referenzen, die Liste, ja, da werden da genannt wie Samsung, Rewe, Höfner, Toyota, das sind dermaßen viel bekannte Großunternehmen, mit denen er schon gearbeitet hat, ja, und, ähm, ich hab da immer ein absolutes, ähm, Verständnis für, weil, äh, ich bin ja auch, äh, in einer, in einer, in einer, Selbstständigkeit mit drin, äh, in einem Familienbereich und weiß, was das bedeutet, ähm, eine Firma zu führen, ähm, sie hochzubringen und vor allem zu halten am Markt. Ja, das ist mal das Allerschwierigste und wer sowas wuppt, ja, äh, der hat sowieso schon mal bei mir gewonnen, ja, da muss ich das auch, äh, zugeben, also, das ist schon mal, äh, für mich absolut geil, weil, äh, Politiker zum Beispiel immer nur, reden, ihr, ihr Werkzeug ist, ist das gesprochene Wort, ja, aber ich bin ein Freund von Leuten der Tat, die handeln, die was gebaut haben, die Events organisieren, äh, mit großen Firmen, da geht's auch um sehr viel Geld, nur mal so am Rande, ja, und, ähm, wenn man das, äh, dann, äh, auch erfolgreich abschließt, Lob kriegt, Rezensionen, Gute und so weiter, weitervermittelt wird, das sieht man ja anhand der Referenzen, dann ist das ja der Wahnsinn, ja, und das als, äh, Familienpapa verheiratet, ich glaube, er hat auch eine Tochter, und, äh, das ist für mich super, dass jemand so, äh, Familie hinbekommt, Unternehmen, und einen Schritt jetzt weitergehen will, sich als Präsident anbietet. Wahnsinn. Ja, ja, dann, jetzt, warum ich auch so viel rede, äh, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Teil, ähm, ähm, viel Details über den guten Kai Bernstein, ja, das ist ja hier nur, pfff, das ist ja nur, äh, äh, Puzzleteile, die ich zuwerfe, aber wenn man das ganze Puzzle sehen will, ja, sollte man sich unbedingt ein Video reinziehen, nämlich, diagonal bei 14, diagonal bei 14, ja, ähm, der Felicio 1892, jeder kennt ihn, wer, äh, Hertha kennt, kennt mittlerweile ihn ja auch, und, äh, der Felicio 1892 hat über drei Stunden sich die Zeit genommen, an dieser Stelle, sag ich mal, Chapeau, äh, mit dem Herrn Kai Bernstein ein Interview zu führen, möchte ich mal fast sagen, ja, und, ähm, vieles hinterfragt, antworten, gefordert, auch bekommen, und, äh, ein, das war ein super Dialog, ja, ich meine, ich gebe zu, ich habe das auch so in, äh, zwei Etappen geguckt, weil drei Stunden ist schon ein hartes Brot, kann ich auch empfehlen, wem es so lange ist, sollte da nicht unter, äh, vorspulen, oder abbrechen, und sag, oh Gott, und so, sondern weil es ist irgendwie alles spannend, alles, was ich jetzt hier so ein bisschen genannt habe, wird da im Detail erklärt, und das Beste gibt es ja nicht, um einen Präsidenten zu wählen, das ist dermaßen transparent, und das finde ich, äh, absolut super, ja, das war für mich nachher auch ausschlaggebend für, für dieses Video hier, äh, als ich das gesehen habe, da habe ich gesagt, da gehe ich jetzt voll rein, weil diesen Mann, äh, wähle ich, ja, der wird von mir unterstützt, ja, äh, der Link ist jetzt zu sehen, äh, und, ja, über YouTube, ähm, äh, ja, anzuschauen, es war, glaube ich, damals, äh, über Twitch, glaube ich, äh, eine Live-Schalte, aber, äh, dann auf YouTube quasi, äh, im Nachgang anzuschauen, es lohnt sich auf jeden Fall, sollte man sehen. Guter Letzt sage ich einfach, äh, zum Schluss, für mich ist Kai Bernstein, ja, irgendwie, äh, der Mann für den Neubeginn, ja, äh, äh, er könnte das, äh, das, äh, Präsidium anführen und, äh, Transparenz reinbringen, aktiv und moderne, äh, Züge quasi, äh, vertreten, ähm, ne, vor allem aktiv, ja, ähm, aktiv bedeutet für mich immer auch, äh, nicht nur bei, äh, ganz krassen Sachen mal zu sehen zu sein, äh, Hertha TV oder wo auch immer, äh, Rede und Antwort zu stehen, wie es ja in der Vergangenheit auch war, ich sag mal jetzt auch in der Ära Gegenbauer, fand ich das ja, habe ich schon mal gesagt, das habe ich schon mal geschrieben, glaube ich, fand ich irgendwie nicht so nice, sondern, ähm, auch sich mit einbringen und ich denke mal, ähm, das vielleicht durch den Kai Bernstein, äh, weil er auch noch jung ist und, 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 und weil er, äh, der, der, ja, der, der hat Feuer irgendwie, der, 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 der will mehr, der will den Verein, den er ja von der Pike auf, äh, quasi, äh, immer begleitet hat, ja, äh, bei jedem Auswärtsspiel, Ultra und so weiter, ja, äh, das ist ja wie so eine Märchengeschichte auch, ja, irgendwie dann zum Ende vielleicht, äh, dann auch Präsident zu werden, ja, und, äh, der, der hat Feuer, der, der will was, der will was bewegen und das ist das für mich, äh, ausschlaggebend auch, ja, nicht nur irgendwie so Ruheposten für alte Herren oder, äh, politische, äh, Randnotiz oder, äh, weiß ich nicht was, ja, sondern jemand, ähm, der wirklich brennt, ja, der, äh, und ich finde das geil so aus der Mitte des Vereins, ja, so, äh, so aus der, ich bin ja so, ich, ich mag das ja, diese Selbstständigkeit, ja, da rauszukommen und dann da reinzugehen und, äh, wer wirklich, äh, im heutigen, äh, Zeitalter auch noch selbstständig ist, der hat einfach Biss, der hat einfach Biss, der muss sich schon jeden Tag beweisen, weil so brutal es ist auf dem Markt, äh, und, ähm, der, ich kann mir vorstellen, der hat echt Körner im Arm und wenn der wirklich, äh, was erreichen will, ähm, äh, äh, mit Sportdirektor, ja, äh, mit, äh, mit, äh, mit Trainer und so weiter, ich kann mir einfach vorstellen, ich kann es ja ganz kurz sagen, dass ich mir, dass ich denke, dass mit Kai Bernstein es einfach das Team wird, wie Team Bernstein, würde ich mal sagen, Team Hertha, so sehe ich das, ja, das passt aus meiner Sicht, das passt, ja, ja, also, Punkt runtergesetzt, ich sage, Kai Bernstein wird unser neuer Präsident. So, meine Meinung und, ähm, am 26.06., ich kann es, äh, nicht oft genug wiederholen, Sonntag, sind die Wahlen, wenn einer sagt, ja, da gehe ich voll mit, ey, bitte hingehen, ja, jede Stimme zählt, und, äh, wenn einer sagt, nee, einer von den anderen, mein Gott, Demokratie, klar, Hauptsache, es wird gewählt, Hauptsache, viele werden erscheinen, und dann ist es ein faires Ding am Ende, sage ich mal, am Ende des Tages haben wir den Präsidenten und dann, alles schick, okay, also sacken lassen, dieses Video nochmal nachdenken, und ich empfehle wirklich, einmal auf die, äh, Seite zu gehen, wir, Herr Tana, nee, doch, doch, wir, Herr Tana, ich wollte schon sagen, wir sind Herr Tana, das sind wir alle, haha, nee, wirhertana.de, da mal die Webseite angucken, und auf jeden Fall das Video, äh, mit dem Felicio 1892, was ich im Link hier genannt, ich werde diesen Link auch noch unten reinsetzen, im Kommentar, äh, und, äh, die beiden Dinge mal antun, ja, und ich denke mal, dass der eine oder andere dann auch überzeugt ist, von dem, was ich hier Nettes gesagt habe. Okidoki, dann, äh, bin ich gespannt, was dann am Sonntag passiert, okay, Okidoki, bleibt gesund, bleibt sportlich, bis denne, tschüss.